So, da bin ich wieder bei Öl-Plattform-Simulator 2011. Dieses Mal nehmen wir Mission... 7. So. Und nicht fragen, was ich so lange gemacht habe. Ja, aber Schösterpipfer! Ich muss hier nicht bleiben. Ich muss hier nicht bleiben. Ein Schwimmbad. Okay, dann machen wir ein Schwimmbad. So. Baulen. Fertig. Ablehen. So, Stufe 3. Alter. Mann Ich bin hier noch froh. Mann 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 Schwiegen wir gerade, Alter. Wart doch nicht klar, wenn wir verlassen, schwingen wir von dem Simulator. Simulator müsst ihr unbedingt ausprobieren und abonniere mich bitte. Ich weiss nicht mehr was. Bitte. Nicht Tischerstrahl. Kupf . . So, da haben wir gleich geschafft. So. Perfekt ohne kaputt zu gehen. Ohne einmal kaputt zu gehen. Aber das ist die Idee. Super. Ohne einmal kaputt zu gehen. Oh, das ist jetzt noch mal dran. Ich frage mich, was er übt. Ich mache einfach eine Bahn. So. 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 Wasser kann so schön sein. Aber Wasser kann auch gut heißer sein. Also, du bist jetzt lieber klar. Nein, Leber! Schau! Nein! Die Hälfte ist in Wettbewerb! Oh, du hast mal Müllbeutreden. Ne, 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 ne. Alles in Regie. Nur anlehen. Ja. Das war's. Das war's. Wir müssen nach deinem Bremsen-Bremsen und beenden. Das war's. Was ist das? Ne? Transfer und dann haben wir uns geschafft. Das haben wir natürlich freigeschaltet. So, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Tschüss.